Auf diesem Seminar erwartet dich seelische und geistige Wachstum. Ich erkläre dir, wie wichtig ist, übergab in wahre Partnerschaft eigene Ich-Bin zu finden. Ich-Bin in Kraft zu holen, aufbauen, innere Intuition aufbauen, eigene Fähigkeit und Kraft wieder aufzubauen, erkennen und nützen. Wir lernen, Fähigkeit wie Intuition, Hellsichtigkeit, Hellfülligkeit in diesem Seminar zu lernen. Und das ist leicht, das muss ich dir sagen. Und das sehr einfache Übungen, welche du sofort wirst sehen und fühlen, dich selbst. In diesem Seminar geht es darum, dass es wahre Partnerschaft mit anderen Menschen stattfindet nur dann, wenn wir uns selbst zu begegnen, wenn ich wahre Partnerschaft mit mir selbst aufzubauen, wenn ich mich selber lieben anfange, mich finde, mich in die Natur, als Teil der Natur. Und erst dann kann ich sagen, dass ich bereit Partnerschaft mit anderen Menschen zu führen. Und in die zwei Tage wirst du so viel fühlen können, erfahren über dich selbst. Ich erkläre dir, wie früh haben die Menschen ganz normal aufbauen und Partnerschaft geführt. Ich erkläre dir, wieso wir uns so begegnen und wieso entstehen solche Kommunikation wie jetzt sind. Wir gehen durch die ganzen Thematiken in weibliche, männliche Energie, weibliche Kraft, männliche Kraft, was es bedeutet, wie das aufbaut, wie in die Kraft zu kommen, wie ist die Erdung in mir, wie ist die Gesundheit in mir, seelische und physikalische Gesundheit. Das ist alles zu tun mit meiner Selbstliebe zu mir selbst. Das ist ein sehr intensives Seminar, in welchem wir würden, alte Matrix aus uns herauszuholen, anschauen können und dann entscheiden, was wir damit machen. Nach diesem Seminar baut sich natürlich durch die ganzen Programme zu Hause und du wirst in den 40 Tagen dein eigenes Leben gestalten. Das bringe ich dir bei und ich hoffe, dass dieses Seminar bringt dich weiter in deinen Seelenplan, da wo du bereit bist. Weil ich weiß, du bist absolut jetzt schon vollkommen perfekt, so wie du bist. Ich möchte nur, dass du bewusster durch dein Leben gehst, bewusster dich wahrnimmst und dieses Seminar genau für diese Zwecke aufgebaut.